Die ganzen Friday for Future Bewegungen Das Mindset bei der Generation, die jetzt sozusagen nachkommt, ist ein ganz anderes im Vergleich zu der Generation, die davor konsumiert hat. Und das ist ein Riesenschritt. Also vor fünf Jahren war das im Nullkommabereich und mittlerweile ist es nicht mehr wegzudenken. Wir sind able to produce recycelt shoes with good quality and with good design that are attractive to people and people are wanting this also. Und das ganz Besondere daran ist, es hat einen natürlichen UV-Schutz, ist deodorisierend und hat auch so ein bisschen Pflegeeigenschaften auf der Haut. Und zudem ist es recycelbar, was uns ganz besonders wichtig ist.